Heute gibt es wieder ganz viele Mottes. Ich habe mich für eins entschieden und zwar World Letter Writing Day, also der Welttag des Briefeschreibens. Heute wird das Video, wenn ich zeichne, ein wenig anders aussehen. Ich habe mir eine Vorrichtung beschafft, wo ich gezielt da von oben filmen kann, weil die andere Halterung war ein Stativ. Und das ist immer ganz oft auch umgekippt oder hat gewackelt und ich hoffe, dass es jetzt besser geht und bin gespannt, wie das Video hinterher aussieht. Okay, es geht los mit neuer Perspektive. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das ist meine Umsetzung zu dem Thema Welttag des Briefeschreibens. Wie ihr seht, lässt ein Mädchen oder eine Frau eine Brieftaube fliegen. Da der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind, ist es bei dieser Brieftaube so, dass sie den Brief einfach in ihren Krallen hält und losfliegt. Das war es wieder für heute. Leider habe ich erst im Nachhinein gesehen, dass beim Video nicht alles mit drauf gekommen ist. Somit konntet ihr zum Beispiel nicht sehen, dass ich dort unten eine Hose gemalt habe. Deshalb zeige ich euch das noch einmal jetzt so. Okay, nun aber wirklich dann bis morgen.